Wie kommt mehr Himmelblau ins Alltagsgrau? Man kann ja sagen, das Alltagsgrau kannst du ein bisschen vergessen. Warum musst du alles in Grau denken? Denk an die schönen Dinge. Denk auch an den Glauben, der dich weiterbringt. Mit Sicherheit. Und deswegen zum Himmel gucken und sagen, der ist eh blau. Und nicht nur die Bayern sagen, er ist weißblau, sondern der ist blau und da oben ist Gott. Und ich vertraue ihm und ich glaube an ihn. Das geht.